was geht ab herzlich willkommen hier aus dem schönen südtirol heute ist es so weit ich fahre mal die 125 ps version von meinem kollegen milan und er fährt meine 95 ps maschine er hat auch wie ich die zart komplett anlage dran und ja ich bin jetzt mal sehr gespannt wie groß der unterschied ist ob man den spürt oder eben nicht das werden wir euch dann beide zusammen berichten hat die motor gadget spiegel dran da ist er okay ja es jetzt sich halt ja man kennt das ist so der unterschied ist jetzt halt noch nicht so was an der bremsen sind ein bisschen besser wie meine sollte ich vielleicht mal gucken war jetzt auch mal ein kleines stückchen wo man ein bisschen mehr gas geben kann dass man halt auch den unterschied in der beschleunigung spürt also wenn einer wenn er da ist also ich denke schon dass man es merken wird nur halt wie wie viel ist halt die frage weil mein kollege meinte dass es wahrscheinlich gar nicht so riesig sein wird aber die zeit ist schon wieder schöner musik machen hier beim bergab fahren das wird jetzt ein schönes video haben echt sehr viel in den kommentaren nachgefragt die ganze zeit über mich selber interessiert auch werden jetzt auch gleich mal eine kurvigere strecke fahren hier bergab okay jetzt aus dem dritten raus boah ich merke jetzt schon also das ist jetzt mein empfinden mal gucken wie wie er sagt aus dem dritten raus habe ich früher bums ja und das ist auch das was die drehmomentkurve sagt also glaube ich habe das so im kopf auch mal bei 1000 ps im bericht gesehen zu haben dass das maximale drehmoment ich glaube 1000 umdrehungen früher anliegen das habe ich jetzt gerade gespürt ja okay das ist schon mal der erste unterschied beim beschleunigen oder autos überholen werde ich jetzt auch gleich noch mal schauen wie das da ist ja so diese sachen hier die sind halt echt alles komplett identisch aber das habe ich mir auch gedacht und das denkt ihr euch mit sicherheit auch vielleicht schaffen wir es auch auf einer leeren straße mal dass wir beide nebeneinander sind und dann aus dem selben gang durch beschleunigen und mal gucken wie es da dann auch aussieht und 0 auf 100 würde mich auch noch interessieren mit der maschine hier gucken ob es da eine passende stricke dafür gibt okay ich melde mich jetzt dann gleich wieder wenn man ein bisschen mehr gas geben kann bis gleich gemerkt habe wo ich auch wirklich sagen kann das ist halt wirklich gleich das knallen wir haben denselben auspuff bzw wir haben beide die zart komplett anlage dran und sie knallt genauso auf der 125 ps version wie auf der 95 also auf der a2 variante jetzt auch hier so beim gas geben merke ich auch kein unterschied noch es fühlt sich sehr gleich an ja also bis hier merke ich jetzt echt kein unterschied ja das wollte ich jetzt gerade noch mal gesagt haben gleich sehen wir uns dann auf hoffentlich schnelleren strecke so jetzt wird es ein bisschen schneller jetzt kann man auch mal gas geben gleich das wird interessant ich freue mich also auch das ansauggeräusch vorne es ist genau so wie bei der 95 ps jetzt also da gibt es es ist nicht lauter oder aggressiver oder so hört sich genau gleich an vibrationen in den spiegeln sind wie bei mir hat mir ein bisschen weiß mir ein bisschen zu viel irgendwie also die heiße da sind ein tipp besser finde ich ah ja ok also obenrum da geht noch ein bisschen mehr das heißt also wenn du komplett durch beschleunigst dann merkst du es auf jeden fall obenrum aber es kommt wirklich sehr spät und es ist jetzt nicht extrem der unterschied man merkt es fällt auf ja aber es ist jetzt nicht so als man dass man sich denkt holy shit die ist ja die geht ja viel besser ja ja die straße nehmen wir auf jeden fall nochmal zurück um nebeneinander zu fahren geil geil ich bin jetzt im zweiten ok boah junge das ist ja ultra langsam ja ja oder wenn eigentlich eigentlich reicht ja eine spur oder ja genau kommst du neben mich ja ok wir sind jetzt im zweiten gang beide oder du auch im zweiten und 3 2 1 und go ok ok also ich ziehe ihn schon ab mit hin 125 ps aber du konntest schon ganz gut mithalten ne ok nur obenrum halt merke ich es hier ne ok dann ja ja ok jetzt mache ich nochmal 0 auf 100 hinter mir kommt ja nix und ach so ach so ich dachte ich dachte du wolltest mitmachen ja ja warte wir machen es nochmal ok hier kann man es nochmal machen aus dem stand ja ja Nadine da kommt noch nix oder hinter dir ok sehr gut ok und 3 2 1 also merklich ich fühle jetzt keinen unterschied zu meiner es ist sehr sehr nah ja ok ok dann würde ich sagen fahren wir vorne kurz raus da ist so eine Brückenunterfahrt da ist auch ein bisschen schattig und da können wir dann kurz quatschen wie du es fandest da sind wir jetzt schwer hier dran und wir sind halt auch nicht dran und wir sind halt auch nicht dran wir sind auch ganz schön wir müssen auch klar kommen ja das sind jetzt die Bikes auch mit Zart Logo auch alles komplett foliert im Design und jetzt Milan wie fandest du es? ja kanntest du also vom Unterschied her ah ja zieh mir kurz den Helm ab dann hört man dich besser ich muss meinen Helm auflassen ja und alles gut ja finde ich ziemlich viel und das sind die eigentliche ganz ganz minimal weniger Zug würde ich sagen ok eher in den oberen Dängen also in den unteren 3 Dängen würde ich sagen komm und pack das mit ich fand auch ähm wenn ich jetzt Gas gegeben habe so die die letzten Umdrehungen so ab 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 9000 da kam deine nochmal besser ja und meine ist halt bis dahin richtig gut und dann baut sie ab ja aber ich würde sagen es könnte sogar sein dass sie in den ersten 2 Dängen vielleicht sogar ein bisschen mehr Zug hat ich ich fande als ich als wir im dritten dann oben los gefahren sind äh oben habe ich mir kurz im dritten Gas gegeben und da da hat meine hätte die direkt zugeparkt und deine hat noch ein bisschen gebraucht bis sie gekommen ist ja das habe ich bei der auch gemerkt bestimmt ja ok es ist halt wirklich nur wenn du beide gefahren bist was zahlst du im Monat Versicherung? ähm ich habe ich habe Teilkasko ich zahle 200 Teilkasko ok ich habe Vollkasko 2h ja gut kann man jetzt nicht ganz so ähm aber ich denke man spart sich ein bisschen auf jeden Fall mit den 95 du hattest mal gesagt ab 100 wird es irgendwie ein bisschen teurer gell? ja ich glaube entweder 90 oder 100 ist die magische Fremse das teurer wird anscheinend bei den Marken Versicherungen zumindest gut gut dann würde ich sagen abschließend Fazit äh die Unterschiede sind nicht riesig also es sind 30 PS die spürt man auf jeden Fall oben rum aber es ist jetzt nicht so als wären das jetzt zwei verschiedene Welten kannst du auch so unterschreiben oder? ja auf jeden Fall ähm ja ich denke das war ganz informativ für euch und dann sehen wir uns beim nächsten Video bis dann ciao 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 ciao